Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von EagleEyes zu unserem ersten Oster-Special 2015. Heute habt ihr die Chance ein iPad Mini 3 WiFi mit 16 Gigabyte in Silber zu gewinnen. Dieser Gewinn wurde uns freundlich zur Verfügung gestellt von tippie.de. tippie.de ist nicht wie die meisten Gewinnspielseiten, einmal anmelden, hoffen und fertig gibt es hier so nicht. Um bei den Gewinnspielen teilzunehmen, braucht ihr euch nur anmelden. Sobald dann ein Gewinnspiel startet, erhaltet ihr eine E-Mail und könnt entscheiden, ob ihr mitmacht oder nicht. In der E-Mail, mit welcher das neue Gewinnspiel angekündigt wird, befindet sich ein Gewinnspiel los, welches ihr nach dem Login auf tippie.de einlösen könnt. Dies ist sogar noch möglich bis maximal eine Stunde vor Teilnahmeschluss. Somit könnt ihr regelmäßig und nach eigenem Ermessen entscheiden, bei welchem Preis ihr mitmachen möchtet. Wie ihr bei unserem Special teilnehmen könnt, das erfahrt ihr gleich. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein oder als Minderjähriger die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten haben. Um teilzunehmen müsst ihr lediglich eine E-Mail an special.eagleice.de mit dem Betreff Ostern 1501 schicken. Was ihr in die E-Mail schreibt, ist natürlich euch überlassen. Die Verlosung endet am 26.04.2015. Unter allen Teilnehmern wird per Zufall der Gewinner ermittelt. Solltet ihr gewonnen haben, erhaltet ihr in der Woche vom 27.04.2015 eine E-Mail von uns, mit der Bitte uns, eure Adresse mitzuteilen, damit wir euch den Gewinn auch zuschicken können. Der Gewinnername wird von uns in gekürzter Form auf unserer Facebook-Fanpage veröffentlicht. Ein Beispiel dafür wäre, aus Max Mustermann wird Max M. Eine Barauszahlung oder Übertragung der Preise ist nicht möglich und eine Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. Bei einer Teilnahme stimmt ihr unseren Teilnahmebedingungen zu. An dieser Stelle möchten wir uns bei Tipee bedanken, ohne die diese Verlosung nicht möglich wäre. Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen und wünschen euch viel Glück. Bis zum nächsten Mal, euer iGleis Team.